Mein Name ist Claudia Behrens. Ich bin die Leiterin des Einkaufes vom Berliner Webposter Strato AG. Unsere Problemstellung lag darin, dass wir den kompletten Einkaufsprozess ebenso wie den kompletten Rechnungslegungsprozess und in beiden Fällen den dahinterstehenden Freigabeprozess abdecken mussten. Daraufhin haben wir die Empfehlung bekommen von unserer Tochtergesellschaft, die bis dato schon mit der Saperion AG zusammengearbeitet hat, uns doch Saperion anzusehen, was wir getan haben und wir uns dann auch direkt für die Saperion entschieden haben. Unsere Muttergesellschaft hat bestimmte Forderungen auch an uns gestellt, die in Richtung Compliance gehen. Die haben wir damit durch die Digitalisierung umgesetzt und können so effizient und transparent arbeiten. Durch die Nutzung von Saperion haben wir es jetzt wirklich erreicht, schneller arbeiten zu können, das heißt auch zielgerichteter arbeiten zu können. Wir finden die Prozesse deutlich schneller wieder. Wir können die Mitarbeiter nicht mehr oder müssen auch die Mitarbeiter gar nicht mehr durchs Unternehmen schicken, um entsprechende Unterschriften und Unterlagen zusammenzusuchen. Und wir haben jetzt auch wirklich ganz klar herausstellen können, dass wir deutliche Zeitersparnisse haben, was sich bei der Rechnungslegung insbesondere dann darin äußert, dass wir das Kontozahlungen ziehen können, was vielfach häufig nicht möglich war, weil die Leute mit ihren Akten auf der Suche nach Unterschriften im Unternehmen verloren gegangen sind. Das hat sich jetzt alles verbessert, ist transparenter geworden und wie auch schon bereits vorhin gesagt, es ist effizienter geworden.